Weltweit werden nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation ungefähr, grobe Zahl, 40 Millionen Kinder abgetrieben. Ein großer Teil illegal, ein Teil legal unter dem Gesetz im jeweiligen Land. Und in Deutschland sind es pro Jahr 100.000 Kinder. Es gibt einen Arzt oder gab einen Dr. Bernhard Nathanson, das war ein US-Amerikaner, der ist 2011 verstorben. Und dieser Mann war Mitte, Ende der 90er, eine Abtreibungsgröße in Amerika. Und er schreibt gegen Ende seines Lebens, dass er verantwortlich ist für 75.000 Abtreibungen. Das ist eine Zahl, die muss man erst mal klarkriegen. Und er sagt sogar, darunter ist auch mein eigenes Kind. Er schreibt offen, ich habe eine Frau geschwängert als Mann, ja, und sie hat mich angebettelt, das Kind kriegen zu dürfen, austragen zu dürfen. Aber ich bin hart geblieben, habe mich durchgesetzt und er hat den Eingriff selbst durchgeführt. Und dieser Mann bekam irgendwann in seiner Klinik, hat viel in New York gearbeitet, das erste Ultraschallgerät. Und dann hat er einen Freund, der auch 20 Abtreibungen pro Tag durchgeführt hat, gebeten und hat gesagt, du, mach mal einen Ultraschall und zeichne das mal auf Film auf, was da passiert. Und das hat dieser Freund gemacht. Sie sind dann ins Studio gefahren, haben den Film entwickeln lassen von dieser Abtreibung, die sie per Ultraschall live aufgenommen haben. Was diese beiden dann gesehen haben, hat die so fertig gemacht, dass sie mit Abtreibungen aufgehört haben. Er beschreibt, bis zur 12. Woche darf man in Deutschland ein Kind unter der Beratungsregelung gewissen Voraussetzungen per Gesetz straffrei abtreiben. Dann ist es ungefähr so groß, also 25 bis 30 Millimeter plus minus, okay, so klein. Da ist alles dran. Hände, Füße, Arme. Der Kopf ist deutlich zu sehen. Die Nasenspitze, die Ohrmuscheln, ja. Die Augenlider sind schon angelegt. Das ist ein echt kleiner Mensch, ja. Und auf diesem Video war dann zu sehen, kurz, oder während dann die Absaugung losgeht, wie dieser kleine Mensch sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wie der anfängt zu zappeln. Wie die Herzfrequenz messbar nach oben geht, von diesem Kleinen. Und kurz bevor es dann abgesaugt wird, den Mund noch aufreißt, als wollte das schreien, aber nicht kann. Leben ist von Gott geschaffen und es ist für ihn geschaffen. Es steht uns Menschen nicht zu, darüber zu verfügen. Nie. Und das ist auch mit ungeborenem Leben im Mutterleib so. Die Bibel sagt, das ist ein Mensch. Gott hat die Finger im Spiel. Und wir haben nicht das Recht, das zu verändern, das zu degradieren, nur zu einem Haufen Gewebemassen. In Jesaja 5 steht in Vers 20 ein Vers, den lese ich mal vor. Gott sagt, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wenn Gott, der Schöpfer von allem, wehe sagt zu uns Menschen, dann wird es wichtig und dann wird es ernst. Und worüber er hier spricht ist, wehe euch, wenn ihr das, was ich Böse nenne, gut redet und sagt, gar kein Problem. Wenn ihr sagt, das, was für mich Finsternis ist, ihr zu Licht macht. Und wenn das, was bitter ist, ihr süß redet und andersrum jeweils. Gott warnt uns davor. Und aus welchem Grund auch immer das im persönlichen Schicksal so sein mag, wir sind doch mal ehrlich. Wir setzen uns darüber hinweg. In allen möglichen Sachen des Lebens. Das muss gar nichts mit Abtreibung zu tun haben. Aber auch dort. In der breiten Masse reden wir das gut. Ganz ehrlich. Und Gott sagt uns doch in der Bibel, weil er es gut meint mit uns, du sollst nicht töten. Sollst du nicht. Und wenn wir das gut reden, was Gott als schlecht deklariert, dann sagt Gott, wehe. Ey, das hat Folgen. Das bleibt nicht ohne. Und das liegt in der Natur der Sache. Und das liegt auch einfach daran, warum dann unser Inneres, unser Gewissen anschlägt. Sünden gibt es ganz viele. Lügen, Gedanken, böse Worte. Ich bin Sünder von Geburt an. Ich. Und Abtreibung gehört halt auch dazu. Diese Schreie, die werden vor Gott gehört. Auch wenn man sie mit den Ohren nicht wahrnehmen kann. Es kann sein, du bist ein Vater oder eine Mutter von einer jugendlichen Tochter. Oder 15, 16, 17. Und die ist ungewollt schwanger. Und jetzt hängt man plötzlich in der Nummer und der Frage irgendwie mit drin. Es kann sein, du bist ein Mann, der eine Freundin, Frau, Partnerin hatte, was auch immer. Und du hast sie vielleicht bedrängt dazu. Hast dir zwar in diesem Sinn den Spaß mitgenommen, aber die Verantwortung, da wird es ungemütlich. Und hast, das gibt es. Vielleicht ist das deine Situation. Vielleicht gehörst du zum Personal in der Arztpraxis, die Abtreibungen durchführt. Als Arzthelferin oder vielleicht als Arzt bist du hier gelandet oder Ärztin. Aber vielleicht bist du auch eine Frau, die aktuell schwanger ist. Und du erwägst diesen Schritt. Und hast vielleicht nur Abtreibungen eingegeben im Suchfeld bei YouTube. Und suchst jetzt Orientierung. Du bist plötzlich hier gelandet. Oder du bist eine Frau, die das vielleicht hinter sich hat. Und es soll doch für dich sein. Gott möchte zu dir reden. Und wenn du geplagt bist und beladen und belastet bist, dann habe ich so etwas gezeigt, warum das so ist. Aber jetzt ist die Frage, und jetzt? Was ist jetzt? Wie lebe ich damit? In Jesaja leuchtet Gott so ein bisschen Licht in diese Frage. Da wird gesagt, doch er wird förmlich. Gott zeigt aufs Kreuz und sagt, doch er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet. Um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Weißt du, was an diesem Ort passiert ist? An diesem Kreuz, wo Jesus Christus hing, festgenagelt, der Sohn Gottes, da trägt er unsere Leiden. Meine und deine. Da trägt er unsere Schmerzen. Unsere. Nicht seine eigenen, ja? Und die Strafe, die wir verdient haben, die ich verdient habe, ja? Die du verdient hast für jede Sünde, die wir begangen haben. Jede. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Jetzt sagt dieser Mann, der dort gestorben ist, zu dir. Dann kommt zu mir her, du Mühseliger oder Mühselige und beladen. Und ich werde dir Ruhe geben. Du darfst dorthin kommen und diese Last, diese Sünden, die dich quälen, wo du denkst, ja, ich habe mich an ihm versündigt. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch den Herrn Jesus, durch diesen Mann am Kreuz. Du denkst, wie soll ich das machen? Wie soll ich dem unter die Augen treten? Aber sieh mal, er ist für dich ans Kreuz gegangen, weil er dich so liebt und sagt, die Strafe dafür nehme ich auf mich. Ich zahle das, weil ich dich, und jetzt setz deinen Namen ein, liebe. Deswegen. Und er lädt dich dazu ein, das zu tun. Bekenn ihm das. Rede mit Gott. Gott sagt, wenn dich was belastet, dann komm zu mir. Wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Ich kann nicht sagen, wie es mich freuen würde, wenn eine Person da ist, die sagt, ich gehe kaputt unter meiner Schuld. Und Gott zu dir gesprochen hat jetzt und dir das aufs Herz legt und du merkst, er ruft mich diese Einladung, die gilt mir. Dann komm bitte heute, mach reinen Tisch mit Gott, bekenn ihm das. Bitte um Vergebung. Ja, denn wenn wir an ihn glauben, an den Herrn Jesus, den Mann vom Kreuz, werden wir gerechtfertigt, gerechtgesprochen. Und dann sagt der Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1, ein unglaubliches Wort. Dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist Qualität. Das ist reiner Tisch vor Gott. Dann ist alle Sünde in meinem oder deinem Leben weggetan. Und Gott denkt nie wieder dran.